yo leute was geht denn hier ist wieder euer philip gille es tut mir leid dass ich nicht so oft videos gemacht habe denn harris hab momentan denn sehr viel zu tun denn auf der arbeit und ja und ja aber denn jetzt habe ich es gewesen für euch sind auch in zeit ja und und wie geht es euch so und ich hoffe euch geht euch gut und ja und ich hoffe dass ihr denn auch gesund bleibt und wir sehen uns peace euer philip gille